hoffentlich wird bei dem leben wieder besser ist ja von 11 macht es überhaupt nicht ganz ehrlich wie ist abgedunkelt okay aber da war quasi jeder zweite rum komplett dunkel da kommt ja ja Oh. Was ist das? Oh. Okay, wir sind umsingelt von der Map. Links unter uns ist bereits das erste Secret. Okay. Na gut, wir können ja von nur nach unten. Heißt also, ach so, wow, da oben. Also, wieder das Secret, wo ich nicht ran kann. Okay. Okay. Schon wieder so extrem dunkle Bereiche, wow, was ist das denn hier? Warte, ich hasse sowas, mich schon wieder. Oh nein. Das wäre jetzt alles aufgegangen. Ja komm, leck mich. Ich bin nicht falsch, das ist ja, finde ich. Und ich bin schon wieder fast tot. So, ich hoffe, ich habe jetzt erstmal alle Gegner rausgelockt. Äh, ja, habe ich. Jetzt wollte ich auch leben. Danke. Ja. Passiert einfach gar nichts dahinten. Das ist doch Bullshit eigentlich. Wauw. Fuck. 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 Das war's. 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 Was ist das? Das war's. Oh nein. Ich hab Altobe vesert grade viele wurden. Oh nein. G graveiz. Wir lassen da aber aus. Ich hab Hawk onde Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, das ist das Rotis. Da. Hä? Keine Ahnung. Das ist das Rotis. Ah, okay. Oh, das ist das Rotis. Hä? Hatte ich gedacht, hatte ich ein paar Verbrauchs für die hessische letzte Map? Oder hab ich da noch neu geladen? Keine Ahnung. Gut, ich kriege es auf jeden Fall erstmal nichts. Da geht es weiter. Was? Was? Oh, ich will wieder teleportieren hier. Ey, Gott, Leute. Da geht es weiter. Oh. Nein. Fuck. Oh, ster. Oh, der den Ball ist voll. Oh, der Schlachter ist garance. Oh, nein. Leute, verarscht, kann ich mich selber. Ach man, kommt jetzt mal auf eine andere... Och, leck mich doch. Hä, Alter, wo bin ich... Was ist denn hier... So, Welttag. Ich flicke jetzt hier gerade gar nicht mehr durch. Von da kann man... Ach, da geht doch. Gut, okay, also von... Ah, okay, okay. Aha, wow. Gut, das brauchen wir aber noch nicht. Ah, das ist jetzt die Quizfrage, wo muss ich mich hin teleportieren? Da ist was. Ah, da wir jetzt ja in Lost Souls sind, dann leck mich doch. Ah, komm. Nein, die kommt nicht raus. Da kommt raus. Wow. Und wo denn? Da hin? Ja. Da. 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 Oh! Sonnenräume hat sich einfacher, wobei die blinken wenigstens, da sieht man wenigstens ab und an mal was. Wie komme ich da normalerweise hin? Da muss es ja noch irgendwie ... Wollte ich jetzt überhaupt hin? Ja genau, ich muss da gerade durch. Ja genau, ich muss da gerade durch. Ehm, da muss ich hin, das heißt, gibt's, da gibt's, da gibt's. Ehm, da muss ich hin, da muss ich hin, da muss ich hin, da muss ich hin. Ehm, da zieht man das richtig gar nichts. Also, da muss ich hin, da muss ich hin. Oh, Alter. Und jetzt? Hat der mal gar nichts gebracht. Nee. Ich blicke nicht mehr durch. Hast du irgendwie einen Weg zu geben? Ja genau, hier ist die BFG. Ich frage jetzt mal, wie kommt man da hin? Ach, wisst ihr was? Nee, wollen wir nicht. Fuck off. Fuck off. Fuck off. Ah. Fuck off. 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 Was ist das denn für Rüstung? Ja, da geht es zum Ziel. Ach ja, hier. Oh, hallo. Ich muss mir ja hier so dunkel an. Hoffentlich hört es mit diesen extrem dunklen Laval-Ballon wieder aus, das ist ja... Ich habe keinen Bock hier, den Dommerwert auf 10 zu drehen, nur weil man bei den Stellen nichts sieht. Ich muss mal gucken, vielleicht gibt es für Doom-4-Doom irgendwie so eine Taschenlampen-Mod, ich habe keine Ahnung. Ciao, ciao. Ciao.